Eine Vision wird Wirklichkeit. Eine Reise in ein fernes Land. Eine Reise mit einer besonderen Botschaft im Gepäck. Die Friedensbücher. Sie spiegeln Wünsche, Gedanken und Sehnsüchte der Menschen. 12.000 Kilometer quer durch Europa und Asien. Begleiten Sie Mario Goldstein aus seiner abenteuerlichen Reise. Erleben Sie fremde Länder und atemberaubende Landschaften. 94 Tage voller Anstrengung und Erwartung werden hoch. 95 Tage voller Anstrengung Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020